Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shikuden Ultimate Ninja Storm 2. Wir haben den Weg mit Sasuke angefangen und sind schon zum Südversteck gekommen. Haben Karin abgeholt im letzten Part. Hm, das hier ist eine Sackgasse. Karin. Ich weiß, ich weiß. Kai! Hä? Was soll das denn bringen? Man erreicht das Nordversteck nur, wenn man einen verborgenen Weg nimmt. Aber nur eine Handvoll von Orochimarus Gefolgsleuten können ihn öffnen. Ach nee, und du gehörst zu denen. Kannst du glauben, dass sogar die talentlose Karin war, zu was nützlich sein kann? Was hast du da gesagt, Suiketsu? Soll ich dich hier schlafen legen, du Idiot? Hä? Soll ich? Na los, Abmarsch. Was? Hey, Sasuke! Mann, kaum will man mal eine Minute verschnaufen, rennt er schon wieder weiter. Ja, wir sind im Versteck oder im Nordversteck, genau. Äh, weil, ja. Hä? Also, wie kommen wir von hier aus dahin? Um zum Nordversteck zu gelangen, müssen wir zuerst in der Höhle ein Rätsel lösen. Ein Rätsel? Ach ja. In dieser Höhle ist irgendwo ein Schlüssel versteckt. Wir müssen ihn finden, sonst kommen wir nicht weiter. Aber der Schlüssel wurde auf spezielle Art versteckt, sodass eine normale Person ihn niemals finden kann. Genug mit der selbst... Ja, selbst... Bewei? Räucherung? Sag uns einfach, wo der Schlüssel ist. Ja. So, wie geht's? Du bist ja so ein... Karin. Tss. Wir brauchen zuerst die Schriftrollen aus der Höhle. Dann benutzen wir eine Beschwörung, um den Schlüssel zu finden. Aha. Da fangen wir wohl besser damit an, oder Sasuke? Ja, ja. Also. Hühlenschrift A. Ich glaub, das war so ein Ding, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir im letzten Part Karin gefunden, oder aufgesucht. Und in diesem Part versuchen wir Jugo zu finden, im Nordversteck. Jetzt hab ich natürlich nicht mehr so viel Glück. Aber ich denke, das reicht. Oh, die Animation, bis der was raussucht, ne? Langsam ist das, ey. Großer Fisch, okay. Hier kann man wenigstens in die... Oh. So. Hier kann man wenigstens in die Räume reingucken. Geile Kameraperspektive. Alter, diese Kameraperspektive. Hallo. Ah, danke. Meine Fresse. Wow, der ist einfach da durchgegangen. Wie der da fast reinsteigt, ne? Gut. Äh. Nächster Ort wäre dir hier. Bevor ich in den Raum gehe, mach ich erst da die Fässer auf. Gut. Traumsamen. Sehr schön. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Magnus. Gut. Jetzt sollte sich die Tür öffnen. Wow. Ernsthaft? Wie offensichtlich ist das denn? Oh Gott, das wird lange dauern. Los, hast geöffnet. Schneller bitte. Diamant mal vier. Also die haben da ganz schön wertvolle Sachen. Schwarzes Gold neunmal. Neunmal. Kuban dreimal. Wie schon gesagt. Ganz schön. Monsterkraft. Reis. War es das? Reis oder Eis? Keine Ahnung. Wenigstens das Aufheben macht er schneller. Altgedienstes Kunai. Kuban. So, dann einmal hier lang. Ach du Scheiße. Noch fünf Stück, ey. Nur für diesen Raum, ne? Haben wir jetzt schon fast fünf Minuten gebraucht. Wenn nicht sogar mehr. Ich kann die Charaktere auch so schlecht hier sprechen. So. Sesam öffne dich. Du hast mit dem Beschwörungsjutsu die Schlüssel aus der Schrift herbeigerufen. Du hast den Schlüssel benutzt und die Tür geöffnet. Wahnsinn. Oh, wir können weiter. Wir marschieren direkt zum Nordversteck. Mir na. Das Nordversteck. Na endlich. Hey, könnten wir erstmal eine Pause... Hohenus, okay. Hohenusse sind auch gut. Hohenabicht. Oh, an Habicht. Das ist ein Falke. Monsterkraftreiß, ja. War wirklich Monsterkraftreiß. Puh, wir haben einen weiten Weg hinter uns im Ernst. Einfach alles aufheben. Wer weiß, wofür das gut ist. Lol. Wow. Schwebfeder mal drei. Einmal speichern. Und weiter geht's. Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Chakra im Hintergrund. Wer ist das? Was ist das hier? Was ist das? Nein, das ist das. Wer ist das? Das ist das, das ist das Chakra. Das war's für heute. Was ist das, was ich? Hahahaha! Scheiße! Ich werde niemanden! Ich werde nur meinen, ich werde nur den Verkaufeln! Das ist egal, ich werde nicht mehr schlafen! Ich werde niemanden schlafen, ich werde nicht schlafen! 15, ich werde sagen. Geh! Du bist auch hier, die Leute zu schrauben! Ach so! Ich glaube, dass hier die Schrauben hier sind... Geh! 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 Ah, wenn man das so macht, ist es nicht so. Sasuke, bitte runter. Ich werde das hier. Entschuldigung, Sui-Gets. Es ist nicht so, was ich zu sagen. Es ist nicht so, was ich? Es ist nicht so, was ich? Ich werde das auch. Ich werde das nicht wegnehmen. Ich werde das nicht wegnehmen. Wenn ich nicht, dann kann ich es nicht mehr auskommen. Ich kann es nicht nur mit einem anderen. Ich bin der Kürbis! Ich bin der Kürbis! So, das war Also es war einmal Kombo runter, einmal Kombo rauf und Luftkombo So, Seitwärts Kombo kommt Echt? Ich habe den damit getroffen? Oh, war das schwach, ey Oh, Mann Wow 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 Oh, das ist so gar nicht wie im Manga Ja, ich bin bereit Aber gefällt mir überhaupt nicht So Einmal Kombo nach oben, bitte Wird nicht vergiftet So Tschüss Oder auch nicht Ah Jetzt aber Tschüss Nein Fuck Jetzt muss ich warten Weißt du was, es stirbt mit dem Manga zu Ja, das hat auch noch ein S angegeben Zunade Hey, ich habe die legendären Sanin Ja, Jiraiya habe ich auch schon Im Manga hat das Sasuke viel viel cooler gelöst Ich sehe das Oh, ich bin mir mit dem Manga hat Ich habe das schon Ich habe das schon Wundern Nein Ich habe das immer Ich habe das auch Wundern Ich habe das immer Entschuldigung Ich habe das Ich bin Ihr Ich habe das Ich bin Ich bin Was ist es? Was ist das? Was ist das für dich? Ich bin nur mit der Kimi Maro. Das ist Kimi Maro. Das ist Kaguya. Ja, das ist das Orochimaru. Das ist der Kimi Maro. Das war das Kimi Maro. Das war für mich. Wenn ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe, war es nur Kimimaro. Kimimaro hat mich verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Er hat glaube ich sowas zu sie gesagt, er ist für dich gestorben, dann musst du... ...der sein, von dem er mir erzählt hat. Ich habe mich nicht verletzt. Du hast... ...Kimimaro ist, dass du dir ein Ding für dich verändert hat. Er ist ein Ding für mich. Kimimaro... Du hast du dich verletzt. Komm her, ich hier mit mir zusammen. Du hast du dich verletzt. Du hast du dich verletzt. Du hast du dich zu schützt. Du hast du dich verletzt, wie du dich mit einem Gelegenheit hat. Ich werde das sehen. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ja, genau. Ich habe es schon gedacht. Jetzt werden wir uns jetzt mit 4. Ich weiß nicht, dass wir uns mit uns zusammenarbeiten. Aber ich weiß nicht, dass wir uns mit uns zusammenarbeiten. Ja, ja. Oh nein. Das ist doch auch ein bisschen... ... eine Hörbote. Natürlich... ... die Hörbote sind nur ein... ... das Vierer Kirchen. Okay, das ist... Ich bin mir schon so dran... ... so ein bisschen... ... so ein bisschen... ... das ist es, ich bin... Das war's für heute. Das ist schon ein Kaffee, was ich mit dem Kaffee zu machen. Oh, das ist das Kaffee. Ich werde nicht mehr mit den Kaffee kämpfen. Ich werde es nicht mehr mit den Kaffee kämpfen. Dann bin ich noch mit dem Kaffee. Ich werde es nicht mehr mit dem Kaffee kämpfen. Ich werde es nicht mehr mit dem Kaffee kämpfen. Wer ist noch ein? Wer ist das? Orochimaru. Er hat 10 Jahre gedauert. Er hat sich um 10 Jahre gedauert. Aber wenn Orochimaru zu retten, dann ist es ein sehr schweres Schmerz. Wer hat das gemacht? Uchiha Sasuke. Ich bin sehr sicher. Ich weiß es nicht. Ihr seid ein弟 von Itachi. Orochimaru hat sich die Leute bewerben. Ich bin jetzt eine Freundin. Ich bin ein sehr schweres Schmerz. Ich bin mir dabei, glaube ich. Du kennst das auch. Der Hohenzuk. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, die Akatsukis wissen Bescheid. Hä? Hi, Jugo! Ich werde davon nachsehen, Sasuke. Du kümmerst dich um ein anderes Gebiet. So, bevor ein Kampf beginnt, würde ich gerne speichern. So, erstmal das ganze Kräberharz aufsammeln. So, erstmal hebe ich die Sachen hier auf. Giftsam. Giftsam. Und nochmal. Gut. Dann war's das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin sag ich... Ciao. Und macht's gut.